ist der dritte weltkrieg möglich eine alte weisheit besagt dass wenn man die zukunft wissen will sollte man sich die vergangenheit ansehen wenn wir uns die fakten alleine zuwenden werden wir sehen dass der krieg niemals zufällig war und die gleiche kräfte die früher den ersten und den zweiten weltkrieg angestiftet haben versuchen heute auch den dritten weltkrieg zu organisieren die wichtigste frage ist für was braucht man kriege wie es scheint ist die antwort offensichtlich man braucht überhaupt keine kriege es sterben unnötig menschen es werden materielle und moralische werte zerstört also kann man zusammenfassen dass die kriege nichts gutes bringen damit sollte jeder normale mensch einverstanden sein jedoch gab es immer kriege es gibt sie immer noch und wir haben gar keinen anlass daran zu glauben dass es ihnen nicht mehr geben wird dabei gab es immer diese gespräche wo die menschen sich sagten krieg was denn für krieg es ist doch einundzwanzigste jahrhundert oder früher zwanzigstes oder neunzehntes oder auch achtzehntes jahrhundert was reden sie denn für ein quatsch die menschen sind doch viel zivilisierter als früher was für denn für krieg es gibt überhaupt kein krieg aber sehen sie mal die ukraine ein absolut zivilisiertes land aus sicht des modernen menschen aus sicht der modernen zivilisation alle menschen lesen zeitungen sehen fern gehen einkaufen gucken nachrichten und machen all das was der moderne mensch macht der krieg hat begonnen und sie fingen an mit großem hass sich gegenseitig abzuschlachten bitteschön massengräber massaker vergewaltigungen raub zerstörte häuser also alles was wir leider in jedem krieg sehen ein krieg beginnt und der zivilisierte mensch verwandelt sich in ein tier das seinesgleichen vernichtet was sagt uns das dass der krieg leider für den menschen typisch ist also sind gespräche dass es nie wieder einen krieg geben wird eher in den bereich des wunschdenkens einzuordnen die realität ist jedoch so dass der krieg praktisch jeden moment beginnen kann und wenn er beginnt passiert das was vor ein zwei oder dreihundert jahren auch passierte all die schrecklichen sachen die wir wollen dass sie niemals passiert wären werden